Herzlich Willkommen zur LPM Calliope Mini Karte 3 – Basismöglichkeiten, um Calliope Mini zu aktivieren. Der Calliope Mini arbeitet in der Regel nach einem einfachen Wenn-Dann-Prinzip. Wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann tue etwas. Hierzu stellt der Editor verschiedene Ereignisse zur Verfügung. Einige davon möchten wir Ihnen diesmal vorstellen. Karte 2 befasste sich mit der Programmierung von Knopf A. Diesen finden Sie noch einmal, indem Sie auf den Bereichsblock Eingabe klicken und den Programmblock Wenn Knopf A gedrückt, wie in Video 2 erklärt, in die Arbeitsfläche ziehen. Wenn Sie sich diesen Block nun einmal genauer anschauen, entdecken Sie dort ein helleres Auswahlfeld. Klicken Sie im Feld auf den kleinen Pfeil, öffnet sich eine Dropdown-Liste mit den Einträgen A, B und A plus B. Hierüber ist es möglich, verschiedene Programmierungen für die Ereignisse wenn Knopf A gedrückt wird, wenn Knopf B gedrückt wird oder wenn beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden vorzunehmen. Lassen Sie uns als Test den Mini zunächst so programmieren, dass er bei Druck auf Knopf B den Buchstaben B anzeigt. Klicken Sie nun also zunächst auf den kleinen Pfeil im hellen Auswahlfeld des Blockes, wenn Knopf A gedrückt und wählen Sie dort den Buchstaben B aus. Klicken Sie anschließend auf den Bereichsblock Grundlage und ziehen Sie den Programmblock Zeigezeichenfolge Hello in die Lücke des Blockes, wenn Knopf B gedrückt. Ändern Sie den Text, wie im Video Tutorial 2 beschrieben, zu B. Analog zur Abbildung auf der Karte können Sie den Buchstaben auch selbst mit Hilfe der LED-Matrix skizzieren. Testen Sie nun Ihr Programm, indem Sie im Simulator auf den Knopf B drücken. Natürlich können Sie Ihr Programm auch auf den Mini kopieren und am Gerät testen. Wie Sie ein Programm auf den Mini kopieren, erfahren Sie im Video Tutorial zur LPM Calliope Minikarte 2. Bevor wir mit dem nächsten Programm fortfahren, werfen Sie kurz einen Blick auf den unteren Rand des Editors. Neben dem Button Herunterladen sehen Sie ein Textfeld mit dem Text ohne Titel. Dabei handelt es sich um den Namen Ihres Programmes. Ändern Sie den Namen nach Belieben. Beachten Sie, dass Sie weder die Änderungen am Programm Namen noch Änderungen am Programmcode abspeichern müssen. Dies übernimmt der Editor nach jeder Änderung unmittelbar und selbstständig für Sie. Alte Programme können Sie über den Knopf Projekte in der oberen linken Ecke des Editors aufrufen. Starten Sie nun ein neues Programm. Klicken Sie dazu auf Projekte und neues Projekt. Löschen Sie anschließend das Beispielprogramm. Weitere Ereignismöglichkeiten liefert der Lagesensor des Mini. Klicken Sie zunächst auf den Bereichsblock Eingabe und ziehen Sie den Block wenn geschüttelt in die Arbeitsfläche. Ist Ihnen aufgefallen, dass auch dieser Block ein helleres Feld mit dem Text geschüttelt und einem kleinen Pfeil besitzt? Klicken Sie den kleinen Pfeil an, erscheint erneut eine Dropdown-Liste mit vielen Einträgen. Mit dem folgenden Programm können wir die Funktionsweise des Lagesensors testen. Wählen Sie in dem gerade in die Arbeitsfläche gezogenen Block zunächst die Option Display nach oben. Hängen Sie hier einen Block Zeige-Zeichenfolge an und ändern den Text auf Display oben. Fügen Sie nun einen zweiten Block wenn geschüttelt in die Arbeitsfläche ein. Ändern Sie mit Hilfe der Dropdown-Liste das Ereignis in wenn Display nach unten. Hängen Sie jetzt einen weiteren Block Zeige-Zeichenfolge an und ändern Sie den Text dort auf Display unten. Speichern Sie Ihr Programm und kopieren Sie es auf den Mini. Durch Wenden des Minis können Sie nun zunächst herausfinden welche Seite des Mini die Display-Seite ist. Außerdem können Sie testen wie weit Sie den Mini wenden müssen, damit der Lagesensor eine Drehung wahrnimmt. Kommen wir zur letzten Aktivierungsmöglichkeit dieses Tutorials. Auch diese funktioniert über den Lagesensor. Allerdings bedarf es dazu keiner ganzen Drehung auf die Rückseite des Mini, sondern lediglich einer Neigung. Starten Sie bitte zunächst ein neues Projekt und löschen Sie das Beispielprogramm. Ziehen Sie nun dreimal den Block wenn geschüttelt in die Arbeitsfläche. Ändern Sie bei zwei der Blöcke die Ereignisse zu wenn nach rechts neigen und wenn nach links neigen. Hängen Sie an jeden der drei Blöcke ein LED-Feld an. Das LED-Feld finden Sie unter Grundlagen Zeige LEDs. Mit diesem Feld können Sie die LED-Matrix des Mini frei programmieren. Jedes der kleinen Kästchen entspricht einer LED auf der Vorderseite des Mini. Sie können diese LEDs einfach per Klick ein- oder ausschalten. Skizzieren Sie nun zu jedem Ereignis ein Bild, das zu dem Ereignis passt. Wenn Sie nun die Maus links über den simulierten Mini bewegen, stellen Sie fest, dass dieser sich bewegt. Außerdem ist ein kleiner Shake-Button erschienen. Sie können Ihr Programm also simuliert testen oder es auf den Mini kopieren und ausprobieren. Neu in diesem Tutorial waren neben den Eingabemöglichkeiten und der Programmierung der LED-Matrix die Änderung des Programmnamens und das Starten eines neuen Programmes. Außerdem haben wir einen wichtigen Inhalt nebenbei eingeführt. Wie programmiert man mehrere Ereignisse parallel? Um dies noch einmal klarzustellen. In einem Programm können mehrere Ereignisse programmiert werden. Es spielt keine Rolle, wie Sie diese auf der Arbeitsfläche anordnen. Wichtig ist nur, dass die Ereignisse nicht miteinander verbunden sein dürfen, was jedoch in den meisten Fällen auch nicht möglich ist. Wir wünschen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!